Lungenpest in Madagaskar In Madagaskar geht die Angst um, die Lungenpest verbreitet sich rasant. Es ist die weltweit schwerste Epidemie seit über 20 Jahren. Experten befürchten besonders ein Horrorszenario. Am Flughafen und in Banken tragen die Angestellten vorsichtshalbe Atemmasken, Versammlungen sind verboten, Schulen bleiben geschlossen, und der Präsident spricht von Krieg. Ein Ausbruch der hochgefährlichen und leichter übertragbaren Lungenpest versetzt die Menschen in Madagaskar in Angst, vor allem weil die Pest diesmal in den dicht besiedelten Städten grassiert. Anfang Oktober bildeten sich erstmals lange Schlangen vor den Apotheken der Hauptstadt Antananarivo, als Menschen versuchten, rasch Antibiotika zur Pestprophylaxe zu kaufen. Die Vorräte waren schnell verbraucht. Die Regierung rief zur Besonnenheit auf. Doch kurz darauf schickte das Gesundheitsministerium SMS kurz Nachrichten an allein Madagaskar registrierten Telefone, Lungenpest, schneller Tod. Wenn Sie Husten und eines der Symptome haben, Fieber, Halsweh, Atemlosigkeit, blutiger Auswurf, dann gehen Sie ins Krankenhaus. Die Zahl der Toten und Erkrankten hat sich in einer Woche verdoppelt. Inzwischen sind der Pest rund 50 Menschen zum Opfer gefallen, etwa 450 sind erkrankt, die Hälfte davon in Antananarivo. Kleinere Ausbrüche der Beulenpest sind in dem Inselstaat vor der Südostküste Afrikas nicht selten. Doch bei der jetzigen Epidemie sind bereits mehr als 320 Menschen an Lungenpest erkrankt. Ein aus Madagaskar zurückgekehrter Urlaube hat die Krankheit auch auf diese Schellen eingeschleppt. Eine Epidemie dieses Ausmaßes gab es seit jener im indischen Surat 1994 nicht mehr. Die Schulen in Antananarivo, einer Stadt mit etwa 2,2 Millionen Einwohnern, und anderen Orten sind diese Woche gespenstisch leer, an der Universität für der Unterricht aus. Die Universität ist komplett verwaist, sagt Studentin Ansar Andriam Annalina. Nur ein paar Studenten seien auf dem Campus, um Gruppenarbeiten zu machen, so die 20-Jährige. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird. Madagaskars Präsident Hirajanare Mampianenat zeigte sich am Dienstag zuversichtlich. Wir befinden uns in einem Krieg, aber heute haben wir, glaube ich, die Waffen und die Munition, diese Epidemie zu besiegen, sagte er bei der Übergabe von Hilfsmitteln durch die Weltgesundheitsorganisation, WHO. Diese hat knapp 1,5 Millionen Dosen Antibiotika geschickt. Damit könnten bis zu 5000 Erkrankte behandelt werden und 100.000 Menschen Prophylaxe bekommen. Je schneller wir handeln, desto mehr Leben retten wir, erklärte die WHO-Käfin in Madagaskar, Carlotendier. Der Ursache der Pest ist das Bakterium Yasinia pestis. Der Erreger wird meist von Flöhen übertragen, die sich Ratten als Wirt nehmen. Wird ein Mensch von einem infizierten Flo gebissen, zeigen sich nach bis zu 7 Tagen Symptome wie bei einer schweren Grippe, dann schwellen Lymphknoten zu dicken Beulen an. Sie können 10 cm Durchmesser haben, etwa im Schritt oder unter den Achseln. Bei früher Diagnose sind die Heilungschancen durch Antibiotika sehr hoch. Im fortgeschrittenen Stadium kann eine Beulenpest zur Lungenpest führen. Diese wird durch Tröpfchen übertragen, ähnlich wie eine Grippe, und kann sich schnell ausbreiten. Sie hat teils eine Inkubationszeit von nur 24 Stunden und führt unbehandelt schnell zum Tod. Kaum eine andere Seuche hat in der Geschichte so viel Angst und Schrecken verbreitet wie die Pest, Zwischen 1347 und 1353 hafte der schwarze Tod in Europa zig Millionen Menschen dahin. Damals soll etwa ein Drittel der Bevölkerung gestorben sein. Ein Ausbruch der Pest in Deutschland ist extrem unwahrscheinlich. Theoretisch könnten infizierte Ratten und Flöhe auf Frachtschiffen ankommen. Oder ein zurückkehrender Urlauber könnte die Krankheit einschleppen. Doch selbst diesen unwahrscheinlichen Fall sehen Experten gelassen. Mit funktionierendem Gesundheitssystem wäre ein Pestausbruch schnell unter Kontrolle, heißt es bei der WHO. Das beunruhigendste Szenario wäre, wenn die Lungenpest eine der Städte auf dem afrikanischen Festland erreichen würde, die direkte Flugverbindungen nach Madagaskar haben, nämlich Addis Abheber, Nairobi und Johannesburg, erklärt Penn Peton, Afrika-Experte bei der Risikoberatung Beriskma Plekhoft. Die Behörden dort würden vermutlich Schwierigkeiten haben, die Krankheit unter Kontrolle zu bringen. Die jetzige Epidemie trifft den Antananarivo vor allem armen Viertel. Sie sind vielerorts voll mit Müll, sodass Ratten ideal Bedingungen haben, weswegen es immer wieder Fälle der Beulenpest gibt. Um wegen des Ausbruchs der Lungenpest-Panik zu vermeiden, haben die Behörden an den Zugängen zu betroffenen Vierteln Zelte aufgestellt, in denen Experten die Bevölkerung informieren. Armen Viertel von Antananarivo, Madagaskar, wo es viel Müll und kaum Infrastruktur gibt und auch die hygienischen Bedingungen extrem schlecht sind, kann sich die Seuche besonders schnell ausbreiten. Quelle, Jürgen Beetz-Deutsche Presseagentur Madagaskar mit rund 25 Millionen Einwohner ist seit Jahren das Land mit den weltweit meisten gemeldeten Pesterkrankungen, vor allem von Beulenpest, wird aus einem Dorfeinfall gemeldet, rücken die Gesundheitsbehörden an, um gegen Ratten vorzugehen, Häuser zu desinfizieren und mit Insektizid einzusprühen. Nahe Angehörige müssen vorsorglich Antibiotika nehmen. Pesttote werden mit Chlorlösung gewaschen und mit Kalk eingerieben, denn selbst sie können die Infektion weitergeben. Bestattungsrituale wie die sonst übliche mädigige Totenwache im Haus des Verstorbenen sind bei Pest verboten. Die Leichen müssen weit weg von Friedhöfen begraben werden. Unsere Teams sind gut darin geschult, vereinzelte Pestausbrüche auf dem Land zu bekämpfen, sagte Gesundheitsminister Marmela Latirne-Andrea Manarivo dem französischen Radio-Sender FI. Aber diesmal ist es anders. Es handelt sich um die Lungenpest, und das in der Stadt. E. I. J. R.